Ja hallo meine liebe Frauen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video grüße ich euch aus Holland und ja, es ist etwas unangekündigt, aber diese Woche, ich wollte eigentlich schon gestern ein Video hochladen, so ein kleines Infovideo, dass ich diese Woche für 5 Tage in Holland bin, also so 4 Nächte, 5 Tage bis Freitag und ja. Und in diesem Video wollte ich euch so ungefähr Ausschnitte zeigen, jetzt vom entsprechenden Tag, zum Beispiel von heute, was wir so gemacht haben, wo wir waren und morgen, halt wo wir morgen waren und so, so kleine Ausschnitte halt, dass ihr mal seht, wie es hier ist und wo wir hier ungefähr sind. Und ja, was könnte ich noch sagen, heute sind wir um halb neun losgefahren, sind gegen so 13 Uhr angekommen hier. Ja ich liege auch schon mal in meinem Bett, eigentlich ist es jetzt schon mittlerweile, keine Ahnung, 22, 23 Uhr. Und ja, ich wollte da heute eigentlich schon das Video hochladen, aber habe mir jetzt überlegt, dass ich das Intro, also das hier nochmal neu mache, weil das heute, naja, war nicht ganz so gut. Und ja, da hatte ich vielleicht sogar noch als kleines, sozusagen, Fail-Auto, keine Ahnung, Fail-Aufnahme hoch, also mit diesem Video so als kleines Bonus am Ende, obwohl das eigentlich schon jetzt nichts Besonderes ist. Und ja, dann würde ich mal sagen, entspannt euch, aber jetzt das Enjoy the Video auf Englisch, ich weiß jetzt nicht, was es auf Deutsch heißt. Ja, ich weiß nicht, was es ist Englisch. Und ja, dann würde ich mal sagen, und dann sage ich jetzt schon mal im Voraus, jetzt, falls euch das Video gefallen hat, also wenn ihr euch das jetzt anguckt, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr euch einen Daumen umlassen und ein Abo, muss ja nicht sein und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao! Nochmal kaputt. Nochmal kaputt. Ich tu jetzt. Na ja, ich guck schon! Auf Musch cable? Auf Muscheljagt! De caso nur war 저거lengang, Wanna schau? Oder soll der Schiff kaputt sein? Ja, aber ich will gehen. Schöne? Nein, aber nicht so kaputt ist. Ja, aber auch nicht so. Ja, aber auch nicht so. Ja, aber auch nicht so. Doch, mein kaputt steht gar nicht. Das muss ich nicht. Ja, was gibt's hier? Nur noch eine kleine Muschel. Ja, ich weiß nicht. Voll interessant. Muscheljagd. Noch eine kleine. Das wird hier nur voll die Kugeljagd. Mit kleinen Muscheln. Vor allem die ganz kleinen sind nämlich ganz in die Wälder. Übrigens. Ja. Ja. Das ist ein Wälder. Und war alle. Da ist sogar noch ein Wälder. Und das ist halt auch voll los. Aber ich weiß nicht, dass das Wälder ist. Wirklich. Das ist einfach. Wenn wir irgendwie los so ein Stück gefunden haben. Das war voll. Das ist ja auch schon. Das ist doch voll los. Das ist richtig großartig. Ich weiß nicht, das ist ganz. Ist das ganz? Ja, das ist ganz. Ganz. Das ist gar nicht. Aber keine Rüge. Schwer so enthalten. Ich wollte die Muscheln. Muscheln. Ich wollte es. Da sieht man auch überall Stranz. Ja, wie ihr seht, hier ist alles voller Sonn am Strand. Oh. Oh. Komm! Komm! Und wir sehen uns mal, was ist denn ich? Das wird's vielleicht in der nächsten Mal den Stopp machen. Komm mal, geht's in den Segeln. Heilenweit, nur das Rand. Ich kann sich die Kampfsflug an. Hier noch gleich nebenbei meine kleine Muschelsammlung, die ich heute am Strand gesammelt habe. Hier sieht man sogar noch eine doppelte Muschel. Vielleicht macht die nicht kaputt. Hier sieht man sowas wie eine Miesmuschel. So eine Art. Guck hier, lauter kleine Mini Muscheln. Hier sieht man noch eine doppelte Muschel. Das hier weiß ich zwar nicht mehr, was das ist. Das werde ich aber gleich im Internet nachsuchen. Hat aber auch irgendwas mit Muscheln zu tun. Also jetzt nicht direkt, aber so eine Art. Übrigens, es ist dunkel draußen. Es ist dunkel draußen. So, und da sehen wir uns schön wieder. Ja, ich dachte, ich würde das irgendwie anders machen. Aber jetzt, also am Ende vom Video sag ich doch, dass wir jetzt schon zum Bonus Part sozusagen gekommen sind. Ich dachte mir so, jetzt würde ich das gerade am bearbeiten machen. Aber dann hab ich das so, ne, ich mache jetzt noch ein extra Video und füge das noch hin und dann den Bonus Part. So wie gerade das mit dem Musch, mit dem Musch zusammen, das habe ich jetzt auch gerade, ja, wie man sieht, hier hinzugefügt. Da. Auch einfach so gerade gefilmt. Ja gut, dann würde ich mal sagen, seht ihr jetzt gleich, denn seht ihr dann jetzt den Bonus Part. Also die Bonus Parts sind ja eigentlich zwei. Ich weiß jetzt nicht mal, ob ich alle beide umhin hier noch habe. Naja, werden wir sehen. Ja, hallo meine Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren wieder, was heißt willkommen zurück. Auf jeden Fall, ich möchte euch hier von, aus Holland grüßen. Ja, wir sind, äh, endlich im Hotel angekommen, ist das doch ein bisschen unangekündigt. Aber naja, wie gesagt, äh, was heißt, wie gesagt, Alter, ich bin halt so, die ganze Neugier von Holland und so. Egal. Kein Kommentar dazu. Auf jeden Fall, äh, in diesem Video möchte ich euch noch so eine kleine Roomtour hier vorne. Erstens von dem Hotel zeigen, dann vielleicht die nächsten paar Tage von da, wo wir hingehen. Ich weiß jetzt nicht gerade, ich weiß nicht, wohin man nochmal ging, am Arsch der Welt irgendwo. Irgendwo, äh, warte, wie heißt das nochmal? Wir sind in einem Centerpark in Holland. Ja, kannst du das gerade sagen? Ja, der... Der gute... Mach du! Das ist dein Video! Mach du! Erklärst du mal! Ne, ähm, der Junge ist in einem Centerpark in Holland endlich angekommen. Glaube ich, dass er das sahen wollt. Ähm, und er wird gerne uns später die kleinen Räumlichkeiten hier zeigen, ne? In dem süßen Hütlein, genau. Eine Roomtour. Und ich weiß nicht, was das Problem ist, das auszusprechen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht kaputt, ob man total eine Ecke durch die so eine Tür haben. Ich bin überall und nirgendwo. Ich beobachte dich halt. Ich muss überall meine Augen haben. Wer weiß. Schließlich bin ich dem Merk direkt gegenüber. Ja komm, das ist erstmal genug für jetzt. Ja, hallo meine liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich grüße euch aus Holland. Ja, wir sind jetzt angekommen hier. Hier sieht man auch schon mein Bett und so. Das soll noch ein kurzes Intro sein. Im Laufe des Tages zeige ich noch einen weiteren YouTuber. Oder zukünftigen YouTuber. Aber ich... Im Laufe des Tages werde ich euch hier so eine kleine Roomtour zeigen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach geschnitten, das muss raus. Du musst doch nicht Outtakes zum Schluss machen. Auf jeden Fall, das ist jetzt erstmal so eine kleine... Roomtour! Halt die Klappe rein. Auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich merke schon gerade. Schöne Aussicht übrigens. Outtakes. Ha, kannst du auch was sagen? Von davon haben dich Nein, 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 nein. Ich wollte noch sagen, das kommt auf beamtail, wegen der Rüte hoch nachher. Ich Hälfte zu schneiden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, das sage ich Ihnen schon, auf jeden Fall. возможно dann einfach auch später eine kleine Roomchen und etwas. Ok, wie ist das denn?